Hallihallo meine lieben Evils, was geht ab und eine weitere Runde Road to Evil Challenger Schlechte Nachrichten gibt's, ähm, keine Ahnung, was hier bei mir los ist und bei Winnie Wir hatten Internetprobleme, dies, das, ananas Und ja, weiß ich nicht Wir hatten noch mehrere Probleme, irgendwie hat's hier alles nicht mehr hingehauen bei uns in letzter Zeit Und ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft hab, aber ich bin wieder in Silver 3 Na geil Ja, 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 ja So Ihr verteilt euch da, ich muss gegen Lee wahrscheinlich auf der Top lane Dann überlege ich auch grad mal, wie ich anfangen soll Soll ich mit neuen tränken? Nee Ich würde mit dein kristallisierender Flasche anfangen Ja, ist auch ne gute Idee Sonst hätte ich's, oder ich hätte sonst gesagt mit der Stoffrüstung Schon wieder einen Wait, okay Ich hab's ausgewichen Supi Ich hab ihn krabb Ich krieg gleich einen Keks Ja, dann pass mal auf, ähm Du bist doch Supporter, dann machen wir das Mutant-Word da zumindest rüber Hau mal da das Mutant-Word hin, oder nicht? Willst du denn hier nicht mal das über die Wand rüberstehen? Ich hab nur ne Idee, musst nicht machen, aber Würde ich sagen, oder? Allerdings ne kleine Sicherheit Ja, und da kommen sie auch schon wieder, kehr! Wenn der richtig das blockt, dann kann der Invade auch nach hinten losgehen, ne? Blitzcrank ist da immer noch ein bisschen Zyra hat sich zurückgezogen, hab ich gesehen Ja, aber brauchen wir schon fünf Die werden aber nicht zu fünf sein, die Toplane wird sie jetzt zurückgezogen haben Nein, jetzt sind sie aber weg Wie ihr das wusstet, ey? Wie sie grad den Blue-Buff grabben wolltet, wie habt ihr den weggepullt bekommen? Haben wir ja schnell weggepullt Die wusst, äh, wie wusste es und hat die weggepullt? Nice Geht nicht lange Ah, Blitz nur Mana, ne? Drei Raps Ja, ne? Danach kann er nichts mehr Doch, er ist um Ah, wird nichts, er hat nur 60 Mana Scheiße Achso, okay, deswegen ist er nicht gestorben, weil er noch seinen Trank gejustet hat Er hat ja fast grad den Lee so weggeballert Weil mich gewundert, wieso er noch so viel ausgehalten hat, aber wenn man den Trank ja used, das ist dann irgendwie nochmal so ein zusätzlicher Bonus Welchen Trank? Diesen... Damage-Pot Achso, ja Hat er halt Leben durchbekommen, ne? Naja, deswegen das, das heilt ihn halt von mir, so dann halt nochmal dann so in Standford 200 Weißt du, weil die Leben, die du zuerst letztlich bekommst, ja... Ich bin nicht blöd Weißt, was du meinst Das ist jetzt kaum mal die Klappe, Alter Nein! Why? Soll ich das, soll ich dich das fragen? Das ist ja gar nicht, aber irgendwie wusste ich das Und irgendwie bin ich in letzter Zeit echt viel fürs Blatt Und ich glaube, ich hab's echt verdient, dass ich mal wieder in der Season 3 bin Also jetzt Silber 2, äh, Silber 3 Das Season 3 ist eine Perle Ja Ja, sehr schön Nice Weil Anivia ist ja grad eben fast an die Abgründe Pin So, Lee hat sie auch erstmal weg, oh Und da gibt's das Schild, achso Oder die Wand eher gesagt Die sollte wahrscheinlich eher geplantet werden Das, ähm Lee, äh, ne was, was ist denn da wieder gewesen? Genau, das Schaben Dann nochmal Zum Hinrutsch Oh! Ist das Eck draußen, ist das Eck draußen? Ja, das Eck ist draußen Die gehen hier schon wieder ab Was geht denn hier schon wieder ab, ist die Frage Was geht denn hier schon wieder ab, ist die Frage Was geht denn hier schon wieder ab, ist die Frage Oh, das weiß ich auch nicht Das schweisch ich nicht Ah, mich ärgert, mich ärgern viele Sachen Wurde von vielen Dingen geärgert Geärgert, verärgert Was haben die Gegner für im Jungle? Ähm, Jarvan Stimmt dann Ah stimmt, dann hat Jarvan die ganze Zeit immer in die Mitte da gedefft, ne So schaut's aus Ja Report Syrah for Flame Jo Sehe ich genauso Flamer machen echter Spiel kaputt Jo Jo Jo, was war das denn? Oh, ganz komisch Wieso, hast du eigentlich meinen Killer gemacht? Ja Das kenn ich nicht Das ist doch komisch Was ist denn da los? Wird man mal zwei von seinen roten Pots einhauen Du bist kein Ward gerade Ist ausgelaufen, ne? Oh, er hat denn das heute Hm, ja Kannst auch mal an einem anderen Sperg gehen Der wird gepusht, die Name So, alles paletti erstmal Auf ins Gefecht Sonst ganz ehrlich, ziehe ich ihn erstmal wieder zurück Nää Nää So auf 1400 Gold sollte ich schon kommen Dein Handy liegt das grad genau neben dir? Ja Ja Dann schmeiß ich ihn mal ein bisschen weiter weg Warte auf mal, wenn wir da hin und schmeißen So Wie kommt nach oben? In den oberen Bereich der Karte Führt mich in die Schlau Erfolgrächer Gang Erfolgreiche Gang Ein bisschen eingeschüchtert Wer ist als nächstes dran? Ja, mit Lee ist, ist ganz okay Ich meine dafür, dass ich sonst mehr Probleme habe bei jedem und allem und hier und da und Ist Lee ganz, 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 ganz brav eigentlich Ist ein, ist ein guter Junge Du bist Support, oder? Mhm Jana, ne? Mhm Was haben wir überhaupt so ein Team? Anliegen wir in der Mitte Jana mit Willy Mit Miss Fortune Auf der Botlane Wie im Jungle Was? Der kann mich hochschmeißen Was ist das? Ist das nicht unfair? Ist das nicht dein Ulti? Wie kommt, wie kommt? Oh, das war gerade gar nicht so schlecht gezockt Aber ich dachte nicht, ich dachte, ähm, Jarvan hat mich hochgeworfen, obwohl ich meine Ulti gerade aktiv war Ich habe extra meine Ulti angemacht, um mit seinen Dings zu countern Das ist ja krack Dachte ich mir auch Da habe ich extra den Jarvan geschlagen und dann gab es den anderen leider den Bar Auge um Auge Kann nichts machen Ja, Jarvan hat noch nichts an Leben, ne? Ich denke auch wenn sie putzen, ist auch komisch Ich war gar nicht Level 6, ist Nein nein Hab ich auch ehrlich gesagt keine Angst vor dem Aaaaaah, Syrah, wo war das SS-Mitte? Gar nicht da Hey, du bist cool! Ah nee, wir haben gar nicht den Top-Lane-Turm kaputt gemacht. Der hat es noch gerade überlebt, aber ist gar nicht so schlimm eigentlich. Ja, okay, dann hätte ich mir Boots zu Ende kaufen können. Oder generell die Boots kaufen können, mir fehlten da ja gerade 50 Gold noch für. Aber so ist das eigentlich auch gar nicht soo wild, denn dann habe ich jetzt wahrscheinlich wieder keine Wards gekauft, also da sage ich ja Wards, ähm, before Boots, ne? Ich weiß, dass es mir zu stimmt, ihr räumt da schon wieder unten die Bot-Lane auf. Ich war gerade konzentriert, deswegen konnte ich gerade nicht reden. Ich merke das dann, aber ist okay. Du hast es gesagt, Wards bevor, ähm... Before Boots. Doch, doch. Wards sind mir einfach wichtig. Gerade als Top-Lane und ein Kale sollte man ein Ward haben. Okay, das ist ziemlich aggressiv. Also mach gleich an, gleich an! Du bist eine Kale und du hast ein paar Pods noch. Ich hatte aber mein Dings nicht ready. Nee? Ja. Ah gut, dann hält es nicht an. Siehste. Ich hatte auch mein... ein item extra im laden ja von goldstücken erworbenes item aktiviert ex auf meiner speziellen maustaste dann kommt da nichts ja das geht doch nicht sehr schön ich mach das gut glaube ich ja macht wirklich wir waren ja bei den last pick das heißt und du bist der silber 1 das heißt da müssen wir nicht echt eine ganz schön hohe elo hier gerade zocken also recht hoch für unsere felden ist ja ok jetzt haben wir es sehr zufrieden ich spiele ich die mitte hier hatten der potter von farb 71 gegen 2 der ließ glaube ich nicht so gut oder das würde ich nicht sagen das würde ich nicht sagen mein lieber das ist nur die haben alle so und sind alle so tanky ne von den gegnern die sahrer überhaupt nicht probier mal was aus ich probier es einfach mal aus sein ernst ja auf ernst du brauchst das item womit du brauchst diesen nasch aus zahn brauch vieles ich hatte hier noch so ne rüstung übrig und dann wollte ich die mir weghauen warte mal ab warte mal ab denn der ließ natürlich viel auto attacks und so und das wird hier noch hier sein sein untergang sein das muss man auch sein untergang das item ist noch ziemlich ok naja du lachst das machen menschen viele menschen lachen und plötzlich sind sie tot ok führt mich in die schlacht so jetzt kann ich gleich wieder mal ein top lane einnehmen hier gucken wir erstmal nochmal blue wäre da da ist mir aber zu risky den zu schnappen wobei der jargon auf der bot lane ist aber wo ist überhaupt mein lee mein lee ist grad gar nicht da der kam mir sonst wo wieder ich glaube der ist grad da nicht ganze AOE damage hier ich sie grad drake machen auf ins gefecht auf ins gefecht ja nicht ich mag hier so in dem blue überhaupt das Ding gern haben möchte ja dann push einfach ne ja und dann sagt er wie mir auch schon ne ich soll pushen ja das sieht aber gut aus ich mein wenn die jetzt grad wirklich immer auf der unteren halbkugel ist dann könnte ich hier noch den tower flaschen dann könnte ich hier noch den tower flaschen wer ist als nächstes ran Saira kommt in die top lane hochgerusht ich bin gerustet oha jetzt sind sie ja gerade zu dritt zur top lane hoch ja und die beiden anderen sind bot jo so so jetzt die gute wieder in der mitte ja 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 auch ja 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 Ich komme da ja auch fast in der Masse. Ich farm mich gerade echt heftig. Ja ok, finde ich gut. Slow ihn erst runter. Das war nicht necessary. Doch, doch. Nein, da hab ich sogar noch geflasht. Hat sich. Nicht schlecht. Not bad. Ich hätte gar nicht auf diese verkackte Botlane gehen sollen. Hier ist ein böser Fluch drauf. Ja, ich sag's euch. Ich würde mal gerne wissen, wie der Lee gefarmt. Weihnachten. Wie bist du ihn gefarmt? Ja. 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 Ohoho. Ohoho. Ohah. was macht er denn hier die ganze Zeit hier unten? ich weiß auch nicht, der Junge geht auch, der ist total verrückt soll ich runterkommen? ne, passt eigentlich dann push ich nochmal weiter top, ok? ja, macht das der kann ja überhaupt nicht fahren weil er die ganze Zeit hier unten, er hat immer auf 84 erfahren ich weiß auch nicht, total verrückt der Junge was macht er da jetzt? boah ne, äh MF hat gerade einen Ward gekillt und hat dabei Lebensraub bekommen nice ja, dann versuche ich mehr oder weniger weg zu holen, also hier ja, ich glaube, der Lee kommt dann auch gleich wieder, ne? also und nicht mehr, also wird er sich jetzt wieder weggeportet haben ich glaube der Blue ist ab bei euch jo, der kriegt auch schon so ich finde es immer so süß wie sie sich mit 3 holen ja, das ist ja he ja, geht ja, geht ja ja, geht ja, rein ich bin Die gibt mir auch nie den Blu-Waffen ab. Ne, macht wie nicht. Böse wie. Ja, mein Bild war schon heftig durchdacht muss ich sagen. Ich kann so farmen wie... Also ich krieg's ja nicht so viel Mana und so, dabei kannst du so viel farmen. Du bist einfach nur bisschen tanky. Das ist genau das, was ich auf. War alles richtig gemacht. So, gleich gibt's hier ne Top-Lane für mich, ist perfekt. Es ist hier... Ist wie für mich geschaffen. Wusstest du, dass man mit ja dann nicht die UTIs geht? Nicht? Nur einmal. Ja, weil sie danach zu teuer wird von Mana her. Lass mich raten, stimmt's? Richtig. Auch mit Level 18 dann nicht mehr? Doch, doch, klar. Dann wird sie nachgeskript, ne? Dann wird sie nachgeskript, aber am Anfang gehen andere Spillen davor. Das ist ein bisschen auf mit der Mitte. Aber ne, ist okay. Dann... Oh, oh, weg, 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 weg. Die kommen doch da gleich alle oben durch. Was? Wir können euch locker bekommen. Wenn sie nicht den Weg machen. Wir können euch locker bekommen. Wenn sie nicht den Weg machen. Pushen noch weiter, ne? Oder? Ja, mach, mach, mach. Push. Den alle Bot jetzt. Perfekt. Mach Split-Push. Syrah macht Backport. Scheiße. Trotzdem in Tower Mystique gekommen. Der Tower ist meins. Wie, 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 wie. Der Damage ist stark gewachsen, muss ich sagen. Oh, das war knapp. Miss Fortune Ulti da gerade bei dir. Ich schau hier gerade nur so ein bisschen rein. Und da kommt die Zara Low. Schaben, jump rein auf die Fortune Ulti. Geht auch noch mal gleich mit drauf. Nein. Wow. Nein. Vierfachtötung. Okay. Gegnerische Vierfachtötung. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Sehr ernst. Hat's auch nichts anderes als Pushen, ne? Guck mal den Farmer an. Geht, ne? Ja. Begänne ich mir auch nie was. Ist auch so'n Prater. Ja, oh ja. Das sagt die Hermine würde ich sagen. Ron. Ich bin Ron. Ron. He? Ich bin Ron. Ron. Oh nein, du hast ja... Nein, ich bin Ron. Oder Li? Er hat aber 4-1. Wusste ich ja nicht. Und was war er für ein Farm? Der Riener 100. 6. Das heißt, du musst es eigentlich besser sein als er. Bin ich auch. Bringt ihm auch sein Farm nichts. So, ich gehe jetzt ganz auf meine Kästchen töten. Wer ist als nächstes dran? Dann suchen wir schnell und... Scheiße. Schon wieder weg. Geh auf deine Lane da oben fahren. Warte schon. Pushen müssen, okay? Das. Syrah, Jarvan, außer Lee ist noch missing. Da ist er wieder. Jetzt auch wieder der andere gute Freund im Boot. Ich habe gleich euch Backdown. Das ist gleich ein übertriebener Farm. Kommen sie in Öl? Kommen sie nicht. Doch, Lee kommt. Syrah up. Oh mein... Hast du dein... Hast du ein Crew und dein Nolltee? Das Laufspeed? Ah, das wird richtig knapp. Hau dir ein Pod rein! Nein! Woow! Wieso muss es genau dann... Es haut aber auch perfekt bei dir immer hin, oder? Ganz ehrlich. Ja. Sehr gut. Das war schon ultikiert. Die Wegen sind ab, aber... Schon wieder so ein 2 gegen 5 oder so, ne? Kommt mir zumindest so rüber. Warte, ich kann die Carrier euch gleich entgämen, okay? Ja, jetzt fragen sie, warum ich zu viel da gefangen habe. Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Dann müsst ihr schon ein bisschen mit mir absprechen. Das ist einfach eine Farmer-Ratte, bist du, ey. Ich finde sie cool, nach 211 Farben nach 28 Minuten. So ein Farmer machst du meistens erst auf 40 Minuten. Was ist denn? So wie weit? Drake up! Ja, lass Drake. Drake up soon, I guess. Ja, gegess ich auch. Da gegessen, was? Jo. Drake up. Ich bin schon da. Wow, 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 wer spielt denn da? Ich bin jetzt aggressiv. Ich bin jetzt aggressiv. Wer ist als nächstes dran? Bleib mal alle stehen kurz Wegen Gold hier oder was? Könnt ihr euch alle noch mal zu hoch gehen? 2 Sekunden Ulti Hätte aber auch nichts gemacht Wenig wahrscheinlich Ich wusste auch nicht, dass wir wieder zu 4 oder 5 kommen Tja Mehr weiß weiß auch nicht so zu sagen Hätte so wissen müssen Die Frage ist nirg Oh, diese Salma macht so viel Schade mit ihren komischen Pflanzen Der geht doch echt hart Die ist echt nicht schlecht die Eide So, Blitzcrank Oh, der Blitzcrank hat kein Assist Loll Was ist bei dem denn los? Loll Was, wie geht das denn? Das heißt, er hat noch nie eingegrappt Oh, er hat wahrscheinlich nur einen Kill gekriegt Ja, ok, aber er hat noch nie wirklich einen vernünftigen Grab gemacht Der dann richtig zum Kill geführt Oh, jetzt komme ich Team mit So, der eine sollte mal kurz noch weg gehen Ich muss auch noch mal kurz weg gehen We are only back We are only back Oh, ja, ja, ne Hm? Du bist noch voll weg, hm? Hm? So, geh doch mal alle weg Führt mich in die Schlacht So, Miss Fortune kann gerne meine UT jetzt gleich bekommen Wenn sie obgefokusset Dann gehen wir raus Wer ist als nächstes da? Boah So, klar ey Aber ich habe nichts aufzelt und das tut Ich wollte gerade dir eine UT aufgeben Egal, passt Egal, passt Was war ein schöner Engaged Von V Ja, V macht es sehr gut Nein, mit dem ist Ja, wie ist das Ja, wie ist das Hat er noch ein Eck? Ja, noch ein Eck Also mit dem Assist bei Blitz wird es doch glaube ich nicht mehr Naja, Finish wird es aber auch nicht Mit dem Assist bei Blitz wird es aber auch nicht Ich supporte gerade unsere Dings durch Hast du nen Ward dabei? Ne, ich mach mal so einen Lobbykost Zum Baron und zum Drake That's Warden Neckeserving Allein ich denke lieber ist wenn so Leute nur so 2-5 farmen oder so wie du aber so richtig krass gefarmt und einfach so viel Damage machen Ja Jojojo Farmen ist schon was, ne? Ich mein Für Du kannst mir ungefähr für 20 bis 25 Lassets in den Killen gut schreiben sozusagen, ne? Jo Ja Ja, also 75 Lassets wegnimmst, dann hab ich auch mindestens schon mal 5 Liebott Haben wir einen Tang? Ja, wie Auf ins Gefecht Da mein الصります Ja hier Jarvan war irgendwo noch Ohohoowooohohohohhhohhhohohohohohohhhohohoohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh Weitere im Damage haben Nein! Aufgeschissen Die Zyra hat gezielt, ey. Oder gar keine Fassilie, ey. Schön! Da wird alles weggegraßt Die Zyra hat aber echt nicht schlecht gemacht, ne? Ja Wieso denn Back? Wir sollten finishen Na gut, wir machen die Lanes. Syra hat aber echt nicht schlecht gemacht, ne? Ja Führen mich in die Schlacht Wir sollten finishen Geht weg da! Wir sind nicht da! Wir pushen bot Ach so Gibt's wir müssen Wer ist als nächstes dran? Was? Was? Machen wir auf dem Bullshit Machen wir auf dem Bullshit Guck mal wie wenig leben wir alle haben Guck mal wie wenig leben wir alle haben Ja, ich glaub das ist gewonnen Glaub ich geh kurz nochmal weg Muss bisschen farm hier oben in der Base Hört mal auf meinen farm zu nehmen Hört mal auf meinen farm zu nehmen Ja Warte ich glaub er hat kein assist bekommen am Ende Hat er nicht? Warte warte ich warte ich warte ich guck Aber blitzkrieg war das War das so schlecht von ihm auf der botley? Hat er denn Hat er denn viel grabdown auf der botley Oder hat er nichts getroffen? Geht eigentlich Es war es schade In Ordnung Es war ein Recht starker botley War auch recht ausgeglichen Na 2 4 0 hat er Komische Sache Na gut auf jeden Fall Jetzt wieder einen gewonnen Und ich ja Ich komme wieder in die Richtung Zu Silver 2 Hm Ciao Freunde Danke fürs Zuschauen